Im normalen Sprachgebrauch würde man uns als besonders bezeichnen. 51 Sekunden zu spät, Fiona. Verzeihung, Miss Peregrine. Wie viele Karotten fürs Abendessen? Eine sollte reichen. Und leider werden besondere Menschen zeitlebens verfolgt. Daher leben wir an Orten wie diesen. Meine Art besonders zu sein nennt sich Imbrin. Sie können sich in einen Vogel verwandeln. Oh ja, das kann ich. Ja. Aber nützlich ist das eigentlich kaum. Eine Imbrin hat die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Wir wählen einen sicheren Ort, einen sicheren Tag und kreieren eine Schleife. Was meinen Sie? Eine Schleife. Konserviert die letzten 24 Stunden. Setzt man die Schleife zurück, erlebt man den Tag nochmal aufs Neue. Setzt man sie täglich zurück, kann man dort auf ewig leben. Ganz und gar sicher vor der Außenwelt. Jede Imbrin verschreibt sich voll und ganz der Gestaltung und Erhaltung solcher Orte. Ein Zuhause für besondere Kinder.